Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe es euch versprochen, auch heute gibt es eine neue Limited Edition in der Drogerie, die spannende Produkte beinhaltet, wie ich finde, und die werden wir heute testen. Ich hoffe, ihr habt Lust darauf, ich hoffe, es geht euch gut. Wir werden heute Kissed by the Sun werden. Das ist die neue Limited Edition von Rival Loves Me. Wir haben wirklich spannende Produkte dabei, die jetzt perfekt für den Sommer waren. Falls ihr das Video vom Montag gesehen habt, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass das Ganze sehr sommerlich ist. Auch diese Limited Edition ist eher sommerlich, aber so ein bisschen reduziert für die Mäuse, die es nicht gerne so bunt mögen, sondern eher ein bisschen neutraler. Dafür haben wir eine Lidschattenpalette, einen Bronzer und Highlighter. Wir haben einen Pinsel, wir haben einen Spray, wir haben einen Frecklemaker und einen Lipgloss. Und die werden wir jetzt in mein Gesicht bringen. Falls ihr neu seid, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Das bedeutet mir die Welt und ich weiß dann, ob euch Limited Editions heute noch interessieren. Wir starten wie immer mit dem Nagellack, den ich euch zeige. Das ist der Kissed by the Sun Nagellack mit rot und grünen Reflexen. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Sieht sehr, sehr schön aus. Ist so ein bisschen Hochsommer-Vibes. Mallorca-Urlaub ist vorbei. Ich komme zurück, habe einen schönen, gesunden Tan oder Self-Tan und ein bisschen was Schönes auf den Fingernägeln. Im Vergleich nochmal zu den aus der letzten LE vom Montag haben wir wirklich auch drei Farben, wo ich finde, dass sie sehr gut zusammenpassen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du vielleicht den roten einfach so auf den Nagel machst und dann nur die Tipps mit weiß malst. Ihr seid die Nagelprofis wahrscheinlich. Ich habe in meinem Leben vielleicht dreimal Nagellack getragen. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Aber wir machen weiter mit einem spannenden Produkt. Und das ist leider, leider, leider kaputt gegangen. Das ist der Kissed by the Sun Bronzer und Highlighter. Sieben schimmernde Nuancen, die perfekt miteinander harmonieren. Die seidige Puderformel enthält feinste Partikel, die das natürliche Licht auf spektakuläre Weise reflektieren und dem Tan so ein funkelndes Finish verleihen. Was die Mädels von Riva Love Me können, sind Produktbeschreibungen. Das fällt mir immer wieder auf, dass, wenn ich das schon lese, ich schon Lust auf das Produkt bekomme. Leider ist es, wie gesagt, kaputt gegangen. Ich gucke mal, ob ich euch ein Bild einblenden kann, wie es eigentlich aussieht. Aber so haben wir gleich alle Farben schon mal perfekt gemeinsam gemischt. Er riecht nicht. Ich lege ihn mal hin, nicht, dass er hier durch die Gegend fliegt. Und passend dazu haben wir diesen Pinsel. Ich liebe ja diese Farbwelt. Wir haben oben eine goldene Schnalle, einen chromisierten oder einen metallischen Pinsel in Braun und schöne weiche Fasern. Der Pinsel ist selbstverständlich vegan und cruelty-free. Und ich gehe jetzt hier einfach nur mal in den Deckel von dem Bronzing-Powder rein und arbeite mir das erst in die Hand und setze mir das jetzt einfach mal hier so ein bisschen rüber. Ich gehe einfach mal lang. Oh, okay. Also, Highlight ist am Start. Seid vorsichtig. Seid wirklich vorsichtig. Man braucht nicht viel. Ich habe es jetzt, glaube ich, so ein bisschen übertrieben. Es sieht aber sehr schön aus. Ich finde im Vergleich zu der LE von Montag, dass der von der Puder-Textur, von der Schimmer-Textur etwas feiner ist. Also, die andere Palette war ein bisschen gröber. Trotzdem fein, aber ein bisschen gröber. Das ist wirklich eher wie so ein Finishing-Powder, muss ich sagen, was man auch eigentlich überall so ein bisschen hingeben könnte. Ich kann mir das vorstellen, dass man das hier auf den Augen einfach schön verteilen kann und du dann so ein Overall-Glow hast. Oder hier, ich habe jetzt keinen Ausschnitt, aber auf dem Dekolleté oder so. Kann ich mir das gut vorstellen. Schade, dass er kaputt ist. Ich schaue mal, vielleicht finde ich ihn Montag hier bei mir schon in der Drogerie. Dann kaufe ich ihn nochmal in der richtigen, im Ganzen. Ich sammle die Produkte ja natürlich auch. Aber wir haben was anderes. Und zwar eine Lidschatten-Palette. Und die finde ich persönlich extrem schön. Das ist nämlich eine 9er-Fähnchen-Lidschatten-Palette mit Farben, die in der Kombination sehr schön sind. Wir haben Oliv, wir haben Rot, wir haben Petrol, wir haben Grün, wir haben Lila. Wir haben verschiedene Texturen. Und vor allen Dingen diese goldene. Wow. Die ist... Was ist das bitte für eine krasse Textur? Das ist so eine... Schaut mal, ich kann die komplett ausblenden. Eine sehr grob, flakige Textur, die aber sehr cremig ist. Die perfekt auf dem Auge dann so ein bisschen schmilzt. Also bei Körperwärme verbindet die sich so ein bisschen mit der Haut. Und sieht dann meines Erachtens nach sehr, sehr schön aus. Wir werden heute ein sehr Bronzy Goddess Look schmecken. Also lasst euch davon nicht verunsichern. Es wird viel. Dafür hole ich euch selbstverständlich ein kleines Stückchen näher ran. Ich möchte nur einen Look schminken, glaube ich. Oder? Ich weiß es gar nicht. Machen wir es Basic? Oder dann gibt es wieder Ärger? Wir machen zwei Looks. Ich starte mit dem Basic Maxim Giacomo Look und gehe hier in diesen Braunton mit rein, der sehr Bronzy ist. Also das ist die perfekte Transition Shade, wie ich finde. Hier, um einfach diesen zarten Ton zu haben im Augenlid. Der ist auch nicht so stark pigmentiert, sodass man einen wirklich schönen Schatteneffekt aufs Auge bringen kann. Oder aber auch ein bisschen konturieren kann. Ich baue mir die Farbe einfach so ein bisschen auf. Ich möchte wirklich hier... Das ist halt so ein typischer Look, den ich im Alltag gerne trage, ne? Ein Braunton, der ein bisschen kühler ist oder ein Bronzer. Und dann mit diesem... Oh, ist der weich, alter Schwede. Und dann einfach mit diesem Golden Flaky Look einfach rüber. Das ist so eine krasse Textur. Das ist wie ein Liquid Eyeshadow in Puderform. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Schade, dass es kein haptisches YouTube gibt. Dass ich euch die Farben irgendwie einfangen kann. Wahnsinnig schönes Gold. Also alleine wegen der Farbe, weil die Textur halt in der Drogerie sehr selten ist, ne? Das ist so eine typische Natasha Denona Textur. Die auf dem Auge halt wie Blattgold ist, ne? So auch vom Feeling her sehr besonders. Ist gar nicht so schwierig zu benutzen. Ich probiere jetzt mal was mit dem Augenbrauenstift aus der LE vorher. Einfach hier so einen kleinen Wing hinzusetzen. Ja, okay, dafür ist er jetzt vielleicht nicht gemacht. Ist ein Basic Look, ne? Also einfach nur, dass ihr mal das Gefühl für diese Farben bekommt. Und damit funktioniert es sehr, 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 sehr gut. Ich nehme jetzt einfach denselben Pinsel und gebe mir davon den Rest auf diese Seite. Dass es ein bisschen harmonischer ist. Und dann benutzen wir meine Lieblingsfarben dieses Jahres tatsächlich. Und das sind diese Olivetöne. Ich finde, es gibt viel zu wenig Produkte mit Olivetönen in der Drogerie. Oder generell auch auf dem Make-up-Markt. Auf dem Auge sieht sie jetzt aber gar nicht mehr so oliv aus, wie ich finde. Damit hätte man wahrscheinlich auch hier so ein bisschen abdunkeln können. Ach, okay, krass. Also sie sieht hier viel, viel grünlicher aus als auf dem Auge. Aber auch eine schöne Farbe. Das ist eine sehr gute Palette, ne? Von der Aufteilung her auch. Du kannst ein, zwei, drei verschiedene Looks mindestens machen. Und dann kannst du das natürlich auch mischen. Du hast hier nochmal einen wirklich dunklen Ton, um ein bisschen Tiefe ins Auge zu geben. Das machen wir jetzt nochmal. Ich gehe jetzt hier mit einem flachen Pinsel in diesen schimmerigen Ton rein und setze mir das hier außen hin. Und schau mal, wie dunkel und pigmentiert der ist. Das liebe ich ja an Make-up. Dass du so startest und nicht weißt, wie es am Ende aussieht. Okay, du kannst auch wesentlich dunkler gehen. Schade, dass das nicht so ein richtiges Grün ist. Ich nehme jetzt aber meinen Finger und gehe in diesen grünen Schimmerton. Und der ist tatsächlich wirklich grünlicher. Aber auch nicht so neongrün wie jetzt aus der anderen Palette. Deswegen meinte ich vorhin, das ist so eine Palette, die für die Mäuse ist, die wirklich nicht so gerne bunt tragen. Aber trotzdem mal ein bisschen Farbe auf dem Auge haben wollen. Und da hast du hier natürlich so einen zarten Grünton. Kannst den natürlich auch ein bisschen verstärken hier mit diesem hellgrünen Petrol. Und dann hast du wieder einen ganz, ganz anderen Effekt, wie ich finde, oder? Geh jetzt einfach unten mit einem dunklen Ton nochmal ein bisschen lang. Ich glaube, mir gefällt diese Seite besser. Ich finde, sie passt ein bisschen besser zu meinem Auge. Du könntest natürlich jetzt auch so ganz leicht Gold noch hier in die Mitte setzen. Und dann, oh ja, dann hast du nochmal einen ganz, ganz anderen Effekt auf dem Auge. Schön. Ist basic, aber schön für so ne abendliche Sommerrunde, muss ich sagen. Wir haben aber noch was anderes und da bin ich ein bisschen, da bin ich ein bisschen gespannt. Wir haben einmal noch einen Lipgloss. Das ist der Kissed by the Sun Plumping Lipgloss. Wir geben uns den jetzt einfach mal so auf die Lippen. Das Füßchen ist schön ein bisschen angeschrägt. Uh, er riecht toll. Ein bisschen nach Bubblegum. Und du merkst sofort diesen Plumping-Effekt. Den auf eine nude-braune Lippe vielleicht. Warte mal. Ich habe jetzt hier einen von NYX in der Farbe Nude Truffle. Einfach, um die Lippe so ein bisschen dunkler zu kriegen und dann jetzt mit dem Gloss rüber. Ja. Die Seite ist ein bisschen zu schimmrig tatsächlich gerade, aber das Gold ist nice. Das ist eine wirklich schöne, schöne Farbe. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt, Freunde, könnte es entweder ein totaler Flop werden oder es ist mega, mega gut. Und zwar hat Rival Love's Me das erste Mal, soweit ich weiß, einen Freckle Pen rausgebracht. Ein Freckle Maker. Damit kannst du dir einfach... Oh, funktioniert aber. So kleine Sommersprossen raufmalen. Ich finde, wenn du keine Sommersprossen hast, dann sieht es immer so ein bisschen schwierig aus. Aber für die Leute, die von Natur aus schon Sommersprossen haben und ihre eigenen nach dem Make-up so ein bisschen wieder zurückbringen wollen, ist das immer eine schöne Sache. Weil diese Foundations meistens ja einfach die... Ich finde Sommersprossen bei anderen Menschen wunderschön, die dann so ein bisschen kaschieren. Und wenn du das so ein bisschen zurückgibst, dann passt das Ganze, sieht so ein bisschen harmonischer aus. Ich finde, wenn du sie nicht hast und sie dir raufmalst, ist das immer so ein bisschen gewollt. Und it's too much. Er funktioniert tatsächlich aber sehr gut und ist tatsächlich... Das ist selten, weil die meisten Brands, die Freckle Pens rausbringen, die kommen nicht an dieses Originalding von Freck ran. Ich finde, dass der jetzt aber einfacher ist zu benutzen als der von Freck selber. Erstmal ist der winzig klein und kostet, glaube ich, 24 Euro. Du kannst dann zwar so raufgehen und dann das Ganze so verteilen, aber die sind dann wesentlich wärmer. Der ist sehr, 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 sehr kühl, der Freckle Maker, muss man sagen. Und sieht dadurch natürlich ein bisschen natürlicher aus. Jetzt auf die Entfernung, finde ich, gehen beide Looks tatsächlich vollkommen klar. Bei schimmernden, dunklen Tönen. Es ist ein bisschen schwierig, wenn du ein Schlupflid hast, das so ein bisschen in die richtige Form zu bringen. Sie haben aber qualitativ beide Seiten sehr, sehr gut funktioniert. Und alleine wegen des Goldtons wäre das schon ein Go. Selbst der Freckle Maker hat fantastisch funktioniert. Der Gloss ist so ein bisschen vom Finish auf den Lippen her wie diese Fenty Glosser. Wie heißen die? Shine Gloss Bombs. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir haben nämlich noch ein Spray. Und das ist das Kissed by the Sun Glow Body Bronzing Mist. Ihr kennt mich. Ich gebe mir das jetzt nicht auf den Körper, sondern ins Gesicht. Es steht jetzt kein Warnhinweis drauf. Deswegen probieren wir es einfach mal. Schön feiner Sprühnebel. Oh wow! Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Das hat so Schimmerpartikel mit drin, die sich dann so ein bisschen... Ich finde, das ist immer total schön zu sehen. Und hier sind wirklich viele Schimmerpartikel mit drin. Das heißt, es ist nicht so ungleichmäßig, sondern wirklich überall. Und dadurch hast du einfach einen sehr allgemeinen Schimmereffekt auf der Haut. Der nicht unebenmäßig ist. So meine ich das. Wahnsinnig schön. Könnte ein perfekter Look für den Herbst tatsächlich auch sein. Ein bisschen reduzierter. Ich liebe dieses grün-Shimmery-Bronzy. Sehr vampy tatsächlich. Hierzu noch so einen braunen Eye-Stick. Boom! I love it! Freunde, ich bin sehr gespannt. Schreibt mir jetzt mal, wenn ihr das Video von Montag gesehen habt, welcher LE euch am besten gefällt. Ich muss sagen, ich finde die tatsächlich für den Alltag wesentlich besser. Aber dieses Spray auf dem Gesicht, ich weiß, macht es nicht. Aber es sieht schön aus. Das ist halt so sommerlich für mich. So bronzy, glowy. Lieben wir. Und jetzt bleibt dran. Ich kann nicht aufhören heute. Aber jetzt haben wir ja beide Kollektionen gesehen. Und jetzt, wo habe ich einen kleinen Pinsel, ein Pop-of-Color. Hier dieses Pink. Yes! Oder dieses Grün. Bringt es nochmal auf eine ganz andere Dimension. Und dann hast du wieder dieses Sommerfeeling mit drin. Deswegen würde ich fast sagen, wenn du eine schöne Grundierung haben möchtest, die Bronze, äh Kiss by the Sun. Für diesen Pop-of-Color hier einfach diesen, diese Kollektion mit dazu. Und dann hast du wirklich, dann bist du für den Sommer ausgestattet, ne? Dann brauchst du tatsächlich einfach nichts mehr anderes. Mir gefällt das Ganze sehr, sehr gut. Und ich liebe es zu sehen, wie, vor allen Dingen Riva Loves Me, ne? Wir haben ja wirklich viele Esel in den letzten Jahren hier gesehen, wie trendy sie auch mittlerweile geworden sind. Schon seit einer Weile, ne? Aber on point, das könnte auch so ein Kim Kardashian Red Carpet Look sein. Oder Kylie Jenner, ja. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Tschüss!